Wir müssen mit der Aliensonne da rüber, ne? Ich glaube aber, dafür machen wir uns groß. Kann wir irgendwas kaputt machen? Schon, oder? Jetzt bin ich verarschen. Ich bin so blöd manchmal. Ich bin echt so blöd. Kann wir irgendwas kaputt machen? Das da, theoretisch könnten wir... Aber da kommen wir nicht ran. Nein, kann wir auch nicht machen. Aber was will ich denn mit der Aliensonde? Weil, irgendwie... Na, das war ja jetzt nicht so clever, ne? Hä? Aber wie soll ich denn... Hä? Spiel? 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 Absolut. Hm. Weißt du nicht? Zombies. Guck mal, der hat hier was. Ich muss mich verarschen, warum kann ich das nicht nehmen? Ich will die Granate nehmen. Ja, sehr gut. Ich blicke noch nicht so ganz, wo wir hin müssen. Hallo. Weil das hier ist ja irgendwie alles so ein bisschen sinnlos. Und das hier ja auch. Wo soll ich denn hin? Ich meine, hier hinten bringt mir irgendwie nichts. Ich komme hier auch gar nicht hin. Hallo. Komme ich da oben rein? Von da oben komme ich doch. Achso. Ich bin trotzdem da hoch. Ah, jetzt kann ich das nicht tun. Ah, sehr gut. Sehr gut. Jetzt können wir uns doch wieder groß machen. Und können wir jetzt die Granate nehmen? Auch nicht. Schau. Ja. Ja, hallo. Ich bin bestimmt richtig stark. Ja, natürlich. Alter, was? Im Ernst? Ich verarschen. Warum? Oh. Okay. Das kann doch nicht wahr sein. Will noch mal jemand angreifen? So, jetzt geht es aber ab. Es reicht. Ich bin jetzt. Hallo. Klasse. Ist es deren Ernst? Ah man, heute ist irgendwie nicht mein Tag, heute ist überhaupt nicht mein Tag. Was? Das würde ich nicht sagen. Nein, nein, nein. Ach ja. Ich habe nicht das Gefühl, das ist irgendwas, was er sich durch die Nase zieht. Hallo! Oh, das nervt! Fuck it, Alter! Fuck it! Das kann doch nicht sein! Das kann doch verdammt nochmal nicht wahr sein! Ich will sie lieben! Oh Gott, ey! Es kann doch alles nicht wahr sein! Oh Gott! Oh Jesus! Das ist jetzt nicht. So, trotzdem sind nicht alle tot. Was ist denn los mit dem? Warum sind die denn so überkrass? Das kann doch echt nicht wahr sein! Nein, ich glaube ich nehme... Nein, ich nehme erst mal den. Was ist denn mit ihm? Oh, der liegt immer noch an. Kann doch nicht wahr sein. So, reicht. Es wäre natürlich ganz geil, wenn ich ihn wiederbeleben könnte, aber... Jetzt geht es gerade nicht. Boah, es ist so eklig. Ich glaube, ich nehme doch den großen. Ich habe Angst vor den Babys. Das sind so krank. Ja. Fuck it! Oh nein, im Ernst? Was soll denn die Scheiße? Was soll denn so eine Kacke? Oh, Alter. Kann nicht wahr sein. Das kann doch verdammt nochmal nicht wahr sein. Das kann doch verdammt nochmal nicht wahr sein. Komm, du verkacktes Drecksbaby. Was? Boah, es nervt so. Es nervt so. Oh, Mann. Eigentlich müsste es auch ohne gehen, aber komm. Wir haben so viel Zeug davon. Willst du mich verarschen? Das Spiel mobbt mich einfach. Ja. So, jetzt mache ich es aber anders. Jetzt haue ich das kleine Scheißvieh nochmal. So. Weil die kleine Wurst ist da. So. Die sind echt scheiße, weil die sich ständig wiederbeleben können. Diese kleinen, ekelhaften. Ii. Sollen wir überhaupt hier hin, oder? Bestimmt schon wieder sowas. Das ist es, das ist es. Die Area ist secure. Code Green. Es ist nicht secure. Tell all Units, die Outbreak hat enthalten. Es ist nicht enthalten. Was zur Hölle sprechst du? Es ist nicht enthalten. Du wirst nicht verstehen. Khloe Kardashian war hier heute Morgen. Sie hatte die größte Abortie, die ich noch gesehen habe. Oh nein! Oh bitte nicht! Fuck it, Alter. Nein. Boah, ist das eklig, ey. Der hat sich auch geheilt? Oh, das kann doch alles nicht wahr sein. Ja, komm. Hör jetzt mal rum. Also, hä? Ach, die Narbe ist auch zumonatisch? Das sind... Oh, ah, nee, ey! Ja komm, hör auf jetzt, laber doch keinen Das hab ich erst gar nicht gesehen, dass die Nabelschnur auch noch was machen kann Ah, das ist echt ärgerlich Können wir nicht heilen? Boah, ist das wirklich Was? Oh ne, ja, wir sind so gut wie tot Oh, come on Was hat er denn? Komm, er kriegt auch mal einen Ah, scheiße Boah, ey Ach man Ich guck nochmal hier, ob er irgendwie leveln kann irgendwo Ich glaube Ich glaube nicht Ich glaube, das ist ganz gut eigentlich, oder? Das ist natürlich auch gut Komm, wir nehmen das mal Obwohl, warte, was ist das? Ne, komm Ja Ja Nein, das ist es nicht Wie geil Ne, wie geil Ne, das ist echt krass, weiß ich gar nicht Dass das so krass ist Ja, komm mal für die Klappe kurz Hallo Hallo Beruhig dich mal ein bisschen Der Bobo ist echt krass. Ja, komm. Ähm, kann ich denn? Boah, Alter. Ich wammel sie. Es brennt, das Leben hier brennt. Ja! Ich habe trotzdem das Gefühl, es wird gar nicht weniger. An Clemens. An Leben. Los, rennen! Oh, im Ernst? Ist es sein Ernst? Boah, das kann doch verdammt nochmal nicht wahr sein. Oh, schon wieder, ey. Scheiße. Ja, meine auch. Boah, kann das mal aufhören, das nervt. Oh, ja. Oh, ja. Wir haben fast gar keine Sache mehr. Ja, das ist echt scheiße. Ja, fuck, trifft es echt gut. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. So. Ich glaube aber nicht, dass wir es trotzdem schaffen. Das ist natürlich mega ärgerlich, aber... Es würde mich sehr wundern, wenn es klappt. Scheiße, ich hätte doch... Ach, Mann. Moment. Scheiße. Ah, so eine Kacke. Aber wir haben wieder Überlebungs... Ha. Was ist denn eigentlich seine Machtangriffe? Äh... Es ist so eklig. Es ist einfach so unglaublich ekelhaft. Wir sind fast beide tot. Scheiße. Ja, ich weiß. Aber wir können beide nichts essen. Meiner auch nicht. Ein Glück, ey. Ein Glück! Boah, Level 12. So, komm, der muss ja jetzt eigentlich echt was Geiles dabei haben. Und gar nichts dabei. Klasse. Dann gehen wir raus. Dann gehen wir raus. So. Kommen wir noch ein bisschen... Level? Ja. Machen wir eine feine Wüten und lassen sie ohne Fähigkeiten angreifen. Gut. Da haben wir nichts. Gut, dann ähm... Gehen wir mal zurück. Dann gehen wir den einengarten.